Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Ferrell und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Ikea Geld verdienen kannst. Also nicht Geld ausgeben, sondern wirklich Geld verdienen und ich schwöre dir, du wirst mir dankbar sein, wenn du dir dieses Video komplett angeschaut hast. Denn das kann wirklich jeder machen und das ist ein richtiges Geschäftsmodell, was ganz neu ist und wirklich richtig rentabel. Und sei auf jeden Fall jetzt bei den Ersten dabei, die das umsetzen. Das Ganze nennt sich Ikea zweite Chance und bedeutet nichts anderes, als dass Ikea neuerdings Möbel gebraucht auch zurückkauft. Und das ist natürlich perfekt, wenn du selber Ikea Möbel hast, aber auch wenn du jetzt kein Ikea Möbel haben solltest. Es ist vollkommen egal. Ich zeige dir auch, wie du damit das Ganze sogar als Geschäftsmodell betreiben kannst, selbst wenn du kein eigenes Möbelstück von Ikea hast. So, wie läuft das Ganze? Wir schauen uns das hier mal an und ich möchte dir jetzt auch ganz praktisch auch nochmal zeigen, wie ich damit auch schon Geld verdient habe. Beziehungsweise Geld damit verdienen kann. So, es sind drei Schritte im Prinzip. Erstens, du gehst hier auf die Webseite von Ikea. Die haben das Ganze hier schön online verdeutlicht, auch wie viel du bekommst, ganz genau auf den Euro, genau wie viel du hier verdienen kannst. Und bekommst dir quasi eine Bewertung. Du musst hier erstmal die Bedingungen erfüllen, aber die sind relativ einfach. Es muss ein original Ikea-Produkt sein. Es muss vollständig sein. Es muss komplett aufgebaut sein, also nicht auseinandergebaut. Und es ist im Originalzustand und hat keine starken Gebrauchsspuren. Du siehst hier insgesamt fünf Niederlassungen von Ikea, die aktuell da mitmachen. Das Ganze soll aber deutschlandweit ausgebaut werden, auf jede Niederlassung. Und dementsprechend kannst du das sofort umsetzen. So, es gibt hier verschiedene Kategorien, Arbeitsplatz, Bad, Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Und wir schauen uns hier einfach mal, ja, die Wohnzimmeraufbewahrung zum Beispiel an. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht hier von Ikea. Und du siehst hier zum Beispiel, ja, das Billigregal. Das meistverkaufteste Möbelstück von Ikea überhaupt. Er hat millionenfach verkauft und hat bestimmt jeder auch schon mal entweder gehabt oder hat es sogar noch irgendwo rumstehen in seiner Wohnung, in seinem Haus. Und dementsprechend sehr, sehr beliebt und sehr, sehr viel auf dem Markt. Und ja, ihr seht es hier. 23 Euro im gebrauchten, vollkommen zusammengebauten Zustand bekommt ihr hier von Ikea. Das ist wirklich ordentlich. Denn überlegt mal, so ein Billigregal kostet auch nicht besonders viel in der Anschaffung. Von daher sind 23 Euro, die ihr hier bekommt, wirklich sehr, sehr gut bezahlt. Ikea macht das, weil sie eben ökologische Gründe aufführen. Sie möchten was für den Umweltschutz tun und hier dann eben auch gebrauchte Möbel wieder aufkaufen. Ihr druckt euch das im Prinzip dann einfach nur noch aus. Fahrt mit eurem zusammengebauten Möbelstück zu Ikea. Die überprüfen kurz eure Angaben, ob das übereinstimmt mit dem Möbelstück. Und schon bekommt ihr hier die 23 Euro. Ihr bekommt es zwar als Guthabenkarte von Ikea, aber diese Guthabenkarte bzw. den Geschenkgutschein könnt ihr ja auch simpel und einfach weiterverkaufen. Oder ihr benutzt es selber, um einzukaufen bei Ikea. Auf jeden Fall macht ihr damit gut Geld. Und selbst, wie gesagt, wenn ihr kein eigenes Ikea-Möbelstück habt, zeige ich euch gleich, wie ihr trotzdem damit Geld verdienen könnt. Und zwar nicht wenig. Jetzt schauen wir einfach mal, was hier Ikea zum Beispiel an bestbezahltesten Möbeln hat. Also wir schauen uns mal nach dem absoluten Top-Ergebnis, was hier am meisten Geld bringt. Jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwo eine Couch zum Beispiel dabei ist. Da dürfte es ja relativ viel Geld geben. Nebenbei gebt mir gerne einen Daumen nach oben für dieses Video, wenn euch das was bringt bzw. wenn ihr das auch so genial findet. Lasst auch einen Kommentar da, teilt es mit euren Freunden, abonniert mich und ja, das ist wirklich genial. Also ich bin wirklich begeistert und hier steckt wirklich richtig viel Geld drin. Jetzt schauen wir einfach nochmal zu den Möbelstücken hier, zu den Schränken, ob da irgendwas besonders Teures dabei ist. Jetzt schauen wir uns mal diesen Arkelstorp an. Der schaut recht teuer aus. Der schaut auch ziemlich stylisch aus. Und den nehmen wir jetzt einfach mal und ihr seht es, 175 Euro. Also das ist wirklich eine Hausnummer. 175 Euro für so einen Schrank, das ist wirklich sehr, sehr gut bezahlt. Und jetzt zeige ich euch mal ganz genau, wenn ihr diesen Schrank nicht habt, aber trotzdem 175 Euro einkassieren wollt, wie ihr das Ganze machen könnt. Und zwar schauen wir beispielsweise mal auf Ebay Kleinanzeigen. Ob denn irgendjemand diesen Schrank auf Ebay Kleinanzeigen verkauft, vielleicht sogar verschenkt. Schauen wir mal. So, wir geben hier ein, bei was suchst du? So, Ikea, dann nehmen wir hier diesen Arkelstorp Artikelbezeichnung, genau, für die 175 Euro. Das dürft ihr nicht vergessen. Das sollte natürlich jetzt unter 175 Euro liegen, was ihr hier bezahlt. So, Ikea Arkelstorp, jetzt suche wir mal. Okay, Arkelstorp ist anscheinend eine Bezeichnung für mehrere Produkte, aber da schauen wir jetzt mal, ob wir irgendwo diesen schwarzen Schrank finden. So, Beispiel, ja, da ist er doch, Esszimmerschrank. Oh, da ist er für 300 Euro drin. Also das ist zu teuer, denn nicht vergessen, 175 Euro bekommt ihr nur von Ikea, wenn ihr den dort wieder verkauft. Aber wir scrollen hier einfach mal weiter. Und da ist einer. Da ist der Ikea Arkelstorp Sideboard Schrank für 90 Euro. Also, meine Freunde, überlegt mal, 90 Euro, 175 würdet ihr von Ikea bekommen. Das heißt, na, ihr macht 85 Euro Gewinn. 90 Euro zahlt ihr hier und 175 würdet ihr bekommen von Ikea. Vielleicht kann man hier sogar noch ein bisschen was rausschlagen, also eventuell den Schrank nochmal im Preis drücken beim Einkauf. Und dann würdet ihr noch mehr Geld machen. Das Ganze ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, dass ihr hier schaut, dass auch alles passt. Der Zustand muss passen und dementsprechend müsst ihr das Ganze auch irgendwie zu Ikea bekommen. Das heißt, ein großes Auto wäre natürlich nicht schlecht, wenn das Ganze auch zusammengebaut ist. Aber grundsätzlich ist hier wirklich sehr, sehr viel Geld mitzumachen. Es ist nur relativ unbekannt, dass Ikea diesen Rückkauf macht oder überhaupt anbietet. Und dementsprechend haben noch sehr, sehr viele Leute auf Ebay, auf Ebay Kleinanzeigen, auf anderen Portalen ihre Ikea-Möbel drin. Gerade auch zum Beispiel das Billigregal, was wirklich millionenfach auf dem Markt ist. Oder ihr schaut auf den Flohmarkt. Das ist ganz egal. Ihr könnt euch hier perfekt orientieren online bei Ikea und sofort sehen, ob das ein Geschäft ist, was sich lohnt oder nicht. Gebt mir jetzt, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das was gebracht hat. Wenn ihr diese Idee genauso gut findet wie ich. Gerne auch ein Abo und auch die Glocke aktivieren. Nicht vergessen, damit ihr nichts verpasst und auch gerne einen Kommentar da lassen. Ich freue mich auf euch. Viele Grüße, euer Flo Pharrell.